Aloha! Ich hatte gerade so einen Krampf, einen Lachkrampf, weil der Postbote hat geklingelt und ich wusste zwar, dass Päckchen kommen für meinen Papa, aber ich wusste nicht, dass was für mich kommt. Ich hatte das völlig vergessen und ich muss euch jetzt erstmal erzählen, wie das war. Also, ich gehe runter, mache Tür auf, Post. Zwei Päckchen. Ich so, hm, okay. Und dann angenommen und dann habe ich geguckt, okay, das ist eins für mich. Ich so, hä, ich habe nichts bestellt, ich habe nichts bestellt, was ist das? Und dann gucke ich auf den Absender, da steht da Douglas. Douglas. Ich so, weil Douglas, ne, das ist direkt was Teures und ich so, was habe ich gemacht? Ich dachte schon, ich habe im Schlaf bestellt und bin so ein Freak geworden, dass ich nicht mehr mitbekomme, wenn ich was bestelle und ich hätte irgendwie Schlaf gewandelt. Ich habe wirklich unten angefangen, mit mir zu reden. Nicole, das kann nicht wahr sein, was hast du gemacht? Ja. Und dann war ich natürlich aber trotzdem neugierig. Ich dachte zuerst, ja, die haben sich vertan, ne? Die haben dir bestimmt was geschickt und das ist ein Fehler von denen. Und hier, da ist das Douglas. Ich so, hä, was ist das? Verdammt! Und dann habe ich das aufgemacht und gesehen, okay, das ist wirklich Douglas, weil die haben ja immer hier, äh, so sieht das ja dann aus. Ich so, scheiße, was ist das? Verdammt! Aufgemacht und dann fiel es mir ein. Oh! Glück gehabt! Ey, ich war so erleichtert. Ich habe gedacht, das kann nicht wahr sein. Genie, verdammt! Genie! Ich habe meinen Wunsch ja schon vor einer ganzen Weile erfüllt bekommen. Mein, ähm, Hugo Boss da, äh, Orange, das Parfüm. Und jetzt haben die das versendet. Die haben mir auch eine Nachricht geschrieben bei Genie. Ja, das wird jetzt versendet und so. Ich so, jojo. Hat das voll nicht gepeilt, dass das jetzt heute ankommt. Und, ja, es ist jetzt aber da und, ähm, ach, Leute, ich habe mich so erschrocken. Ich dachte echt, ich schlafe an. Hier ist mein, mein Parfüm, was ich mir gewünscht habe bei Genie. Oh, mein Gott, ey! Ich meine, ich freue mich jetzt, dass es da ist, aber ich bin auch auf der anderen Seite erst mal so erleichtert. Ich konnte mich gar nicht so richtig drüber freuen. Ich war erst mal so, oh! Oh, Mann, Leute. Ich zeige euch das jetzt. Das ist echt der Burner. Das Tollste ist, ich rieche es nach dem, ähm, Pröbchen, was die mir mitgeschickt haben. Ich habe das zuerst gesprüht, auch sehr schlau. Ähm, das haben die mir mitgeschickt als Probe. Und ich finde, das riecht gar nicht so schlecht, aber ich glaube, kaufen brauche ich es mir nicht. Dieses Chloe irgendwas, ja, da seht ihr auch, wie das dann aussieht. Das riecht nicht schlecht, also, oh, scheiße, nachher bestelle ich mir das auch noch, oder wünsche ich mir. Und da ist es. Ich habe die 50ml Variante genommen, weil ich dachte so, ja, 30 kommen, wenn du es dir schon wünschst und quasi viel kostenlos kriegst, dann nimm auch das große Musferlänger sammeln und warten, dass das auch mit den Gins hinkommt, aber da ist es. Ich finde das von der Verpackung her allein schon total schön. Das hier, ich wusste gar nicht, dass das, das ist wie ein Spiegel. Ich wusste gar nicht, dass das so extrem spiegelt. Ich dachte, das ist nur so, wie hier oben, so metallisch, aber das ist echt purer Spiegel. Das ist total geil. Und hier steht dann nochmal, boah, nicht, dass ich so ein Markenschwein wäre, aber es ist schön. Ja, und es riecht so gut. Soll ich das jetzt über das andere sprühen? Ich habe noch nicht gesprüht. Jetzt. Ich mag ja keine süßen Düfte eigentlich, aber in Verbindung mit Fruchtig mag ich es doch. Oh, das ist nicht so gut. Ja, ich wollte euch das jetzt zeigen. Einerseits, weil ich mich so freue und weil die Geschichte dazu jetzt gerade echt lustig war. Oh Gott. Und auf der anderen Seite haben mich schon viele in der Vergangenheit gefragt, ob ich nicht mal meine Sachen zeigen könnte, die ich schon von Jeannie bekommen habe. Weil ich habe mir schon, bin ja schon länger da angemeldet und dann habe ich auch schon öfters was bekommen. Und das fühlt sich so schön an. Ich habe ja voll wenig Düfte. Ich habe hier die paar aus diesen Essence-LEs, wobei mir der letzte aus dieser Blossoms-ETC da nicht so wirklich gefallen hat. Der war mir zu floral. Aber sonst habe ich Essence, Christine Aguilera, was von Abonnenten zugeschickt aus der Türkei, von Weihnachten was, von meinem Freund, die Eltern. Und sonst habe ich noch was. Ah ja, ich habe noch ein paar von Yves Rocher, diese fruchtigen Dinger, die gefallen mir aber nicht so gut. Ja, ich habe nur so Billig-Kram und das ist jetzt... Ach ja, ich habe noch von John Galliano dieses Palais d'Amour, wenn das richtig ausgesprochen ist. Und das haben sie mir auch zugeschickt. Also kaufen würde ich mir so ein teures Parfüm eher nicht. Es muss schon richtig teuer sein, dass ich das mal mache, aber ja. Okay, ich labere zu lang, ich merke das schon. Ähm, die andere Probe ist... Tom, Miracle, Blup, ja, ist auch scheißegal. Hier, Lancome irgendwas, keine Ahnung, was das sein soll. Äh, keine Ahnung. Was bist du? Bist du Make-up? Bist du Feuchtigkeitscreme? Was bist du? Make-up? Make-up. Make-up. Mit SPF 15, okay. Okay. So, jetzt zeige ich euch, ähm, den anderen Kram, den ich von Genie schon erginnt habe. Also mir gewünscht und dann erfüllt durch die Gins. Und ich fange an mit dem ersten, was ich bekommen habe. Und das ist MAC Satin Taupe. Also den hatte ich mir mal ganz am Anfang gewünscht. Und... Ja, den kennt ihr ja. Also den habe ich mir bei Genie gewünscht. Und ich meine, das dauert bei Genie immer ziemlich lange, bis man dann so einen Wunsch erfüllt hat. Aber Geduld ist eine Tugend. Und wenn man wirklich schön wartet, dann hat man irgendwann das, was man sich wünscht, ohne dafür irgendwas bezahlt zu haben. Und das ist cool. Ja, man muss auch keinen Versand zahlen. Das fragen mich immer viele. Ihr sammelt, äh, Gins einmal für das Produkt an sich. Also ein Gin ist 1 Cent. Und wenn ihr dann, ähm, die Gins für so ein MAC-Dings gesammelt habt, dann habt ihr, keine Ahnung, was kostet so ein Ding. Äh, ich weiß es gerade nicht. Also sagen wir mal 15 Euro. Ja, ich weiß, dass das nicht 15 Euro kostet, aber 15 Euro. Dann sammelt ihr 1.500 Gins plus die Versandkosten von dem Job, wollte ich sagen, von dem Shop. Das sind dann so meistens 3,90 oder so. Also sammelt ihr dann nochmal 390 Gins für den Versand. Und dann berechnet Genie, weil das halt so nett ist von denen, dass die euch das zuschicken, ähm, nochmal 350 Gins. Also die müsst ihr dann auch nochmal sammeln. Und dann, wenn ihr das alles gesammelt habt, dann ist euer Wunsch erfüllt. Und dann dauert es aber nochmal 1, 2, 3 Monate oder so, bis euer Wunsch dann zugeschickt wird. Also es ist echt, ähm, nur für Leute mit Geduld was. Und, ja, also nur für die, die Genie nicht kennen. Ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt viele nicht kennen. Ähm, ja, und die Gins sammelt ihr, indem ihr irgendwelche Tagesaufgaben erfüllt. Zum Beispiel irgendein Spiel spielen oder auf einen Link klicken oder 3 Videos ansehen. Oder 10 andere Profile besuchen oder andere Wünsche und sowas. Also es fragt mich bitte nicht so viel dazu. Ich hab dazu schon mal ein Video gemacht. Und, ja, wenn ihr wirklich Fragen habt zu Genie, dann wendet euch direkt an Genie. Weil ich bin nicht deren Angestellte, wisst ihr. Also, weil viele fragen mich dann. Und ich denk mir so, ich bin nicht der Genie Support. Also fragt da ruhig. Die beißen euch nicht. Die sind echt nett. Ich hab da auch schon mal irgendwas gefragt. Ja. Äh, Club. Mac Club. Hab ich mir da auch mal gewünscht. Und auch nach einer halben Ewigkeit bekommen. Und. Ich swatch ihn euch. Muss mal ein bisschen schichten, damit man den Effekt sieht. Äh. Hier. Seht jetzt sehr, sehr braun aus. Kameraden ist ausgegangen. Also, in der Mitte seht ihr eventuell den grünen Schimmer so ein bisschen. Ansonsten hier am Finger. Da seht ihr es vielleicht noch besser. Ja. Also, Club. Und dann habe ich mir noch gewünscht, ähm, bei Cambry gab's das. Die haben jetzt allerdings nur noch so ein paar Shops, bei denen man bestellen kann. Also, ich weiß nicht, äh, das ist jetzt nicht mehr, dass ihr bei jedem beliebigen Shop euren Wunsch haben könnt, sondern ihr müsst dann da gucken. Douglas ist dabei. Amazon. Ja, so ganz viele verschiedene. Ich meine, es ist schon okay, aber wenn ihr jetzt, ähm, was Bestimmtes wollt von einer bestimmten Seite und die haben diese Seite dann nicht aufgenommen in ihren Shops, dann könnt ihr das knicken. Ähm, zu Eva ist man nicht auch dabei. Das finde ich cool. Also, ich hatte mir bei Cambry damals, als es noch ging, mit anderen Seiten, so ein Nagellack-Set. Gewünscht von China Glaze und dazu gab's ein Lipgloss. Also, es war so ein Set. Und das waren folgende Nagellacke einmal. Ähm, Seduce Me. Das ist so ein dunkles Rot-Pink. Den finde ich ganz schön. Aber es ist halt nichts Außergewöhnliches, finde ich. Also, aber die Qualität der Lacke ist schon eine andere als, ähm, andere Lacke. Also, die Qualität, ich weiß nicht, ob die besser sind. Ich hab die auch noch wirklich gar nicht so oft getragen, weil die mich halt nicht so geflasht haben, so. Aber die haben eine andere Konsistenz irgendwie, so eine andere Formulierung. Dann die Farbe Make an Entranced. Pink. Das ist einfach pink. Ähm. Ich hoffe, ihr könnt's lesen. Aber ich glaube nicht, oder doch? Und dann die Farbe, die hat mich enttäuscht. Ohne Ende. Innocence. Ich dachte, das wäre ein bisschen Decken da, aber das ist fast durchsichtig. Das ist so ein, ja, helles Rosa. Da hatte ich mir mehr von versprochen. Und der Lipgloss dazu. Ich könnte den auch mal auftragen wieder. Ich hab grad gar kein Lipgloss drauf. Lipgloss, jo. Lipgloss drauf, fällt mir auf. Das ist doofe bei dem. Da müsst ihr echt zehnmal rein und, äh, hin und her, bis ihr endlich mal was auf den Lippen habt. Habt. Aber ich mag den. Ich mag die Farbe, ich mag die Konsistenz. Der klebt zwar. Etwas. Aber ich find das nicht schlimm. Ich mag das irgendwie trotzdem. Ja. Also ich find den von der Farbe, von der Haltbarkeit, von allem, äh, echt schön. Aber ich weiß nicht, ob ihr das, wo ihr das kriegen könnt. Weil das war jetzt echt nur in diesem Set mit den Lacken. Ich hab keine Ahnung. Ja. Das war's. Glaub ich. Ja, mehr hab ich nicht. Ja. Also das sind meine erfüllten Genie-Wünsche. Und was ich mir im Moment wünsche, das fragen bestimmt jetzt auch viele einmal, von Chanel. Dieses lose Puder. Ich weiß grad gar nicht, wie das richtig heißt. Ich hab nur das bei den Pixivus gesehen und bei sonstigen Gurus und dachte so, oh mein Gott. Haben. Aber kein Geld ausgeben. Und deswegen hab ich's mir da gewünscht. Also ich wünsch mir bei Genie immer so Sachen, die ich haben will, aber ich würd niemals dafür, äh, so viel Geld bezahlen. Weil das dann was Teures ist. Das wünsch ich mir und von Bobby Brown Alabasta. Das Make-up. Weil das so schön hell ist. Und ich denk mir, wenn's mir zu hell sein sollt, oder was ich nicht glaube, dann kann ich das immer noch mit anderen Make-ups mischen. Und das hält das dann auf. Guter Plan. Ja. Und, ja. Okay, das ist es eigentlich schon gewesen. Wenn ihr noch nicht bei Genie seid, dann mach ich euch mal den Einladungslink in die Infobox. Vielleicht könnt ihr euch auch so anmelden, weiß ich nicht. Könnt ihr ja mal gucken. Ich packe euch auf jeden Fall den Link in die Infobox. Und, ja. Dann wünsche ich euch viel Erfolg beim Erfüllen eurer Wünsche, wenn ihr bei Genie seid. Und ich hoffe, alle diejenigen, die das jetzt sehen wollten, was ich schon von Genie bekommen hab, sind jetzt zufrieden. Und glücklich. Und, ja. Okay. Dann macht's gut. Tschüss. Tschüss.